Coole Easter Eggs in Videospielen. Nummer 1 in Zelda Ocarina of Time sind in dem Hyrule Castle diese Bilder versteckt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man Charaktere aus Super Mario. Nummer 2, wenn man in Call of Duty Black Ops 2 in der Nuketown Map alle Puppen abschießt, kann man dieses Retro-Minigame hier spielen. Sehr cool.